Hallo hier bei Radio München. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Wird gerne aus dem Johannesevangelium zitiert. Eine liebevolle Geste, eine helfende Hand, das kraftvolle Vorbild schaffen Tatsachen. Worte harren ihrer Umsetzung, generieren Hoffnung und Enttäuschung. Sie lassen sich in so viele Richtungen interpretieren und nicht selten zur Manipulation missbrauchen. Allein das Wörtchen Wir birgt ein Füllhorn von Deutungen. Unsere Autorin, die Philosophin Sylvie-Sophie Schindler, trieb es zum nachfolgenden Text, den Ulrich Allroggen für uns eingelesen hat. Denn Wir hat nicht nur in unseres Bundespräsidenten Essay mit selbigem Titel Manipulationsmacht. Schon lange kennen wir die falsche Verwendung des Wir in abhängigen Systemen, wie beispielsweise im Krankenhaus. Ich lag im Bett, frisch operiert, als eine Krankenschwester hereinkam, mit einem Tablett, darauf eine Suppe und gutmütig an mich appellierte, so, nun essen wir mal. Oder neulich beim Zahnarzt. Kaum saß ich auf dem Behandlungsstuhl, kam mit sonorer Stimme die Aufforderung, »Jetzt machen wir mal den Mund auf.« Beide sprachen von einem Wir, aber ließen mich dann doch allein. Weder setzte sich die Krankenschwester neben mich, um mit mir gemeinsam Suppe zu löffeln, noch machte der Zahnarzt den Mund auf, als ich das tat. Es scheint, als würden Menschen, sobald sie als Patient auftreten, ganz automatisch zu einem Wir. Und nicht nur da. Man kennt das auch aus Kindheitstagen, wenn es im Kindergartenalltag hieß, »Wir gehen jetzt alle zum Händewaschen«. Oder in der Schule die Order kam, »Wir nehmen nun alle unsere Hefte raus«. Auch hier war klar, dass ausschließlich die Gruppe gemeint war und sich der, der den Aufruf macht, von der geforderten Handlung ausnimmt. Es ist also ein »Wir«, das Machtverhältnisse kommuniziert. Das deutlich macht, hier steht einer, der das Sagen hat, und der verlangt, dass andere, die ohnehin schwächer sind, wie Kranke oder Kinder, sich ihm unterordnen sollen. Bloß merken soll das möglichst keiner. Das hier eingesetzte »Wir« ist schmeichlerisch. Es verschleiert die Tatsache, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt zwischen dem »Ich« und dem »Du« und lässt möglichst nicht den Verdacht aufkommen, dass hier Befehle getätigt werden oder im schlimmsten Fall ein Tyrann am Ruder ist. Natürlich ist das lapidar gesagt uns gemein, denn das »Wir« ist, sofern es nicht instrumentalisiert wird, eine schöne Sache. Es ist wie ein Ort, an dem sich der Mensch geborgen, aufgehoben, gemocht, ja geliebt fühlen kann. Ein Ort, der ihn befreit von dem bisweilen bedrückenden Gefühl des Allein- und Verlassenseins. Und als eben dieses Versprechen wird das »Wir«, das ein »Ich« und ein »Du« verbindet, gelebt. Eine soziale Verabredung, die sich auch poetisch fassen lässt, wie es beispielsweise der Religionsphilosoph Martin Buber tut. Ihm zufolge ermöglicht erst das »Du«, dem »Ich«, sich zu verkörpern. Zitat Kann man also guten Gewissens hergehen und das »Wir« für eigene Zwecke instrumentalisieren? Darf man dahinter Machtinteressen verstecken oder es gar propagandistisch ausschlachten? In den Kommandotentralen der Politik gibt es diesbezüglich keinerlei Bedenken. Man feuert das »Wir« permanent ab wie Kugeln aus dem Maschinengewehr. Während der sogenannten Pandemie hieß es »Wir bleiben zu Hause«, »Wir gegen Corona«, »So schützen wir uns«. In Kriegen und bewaffneten Konflikten gelten Parolen wie »Wir unterstützen die Menschen in der Ukraine« oder »Wir stehen an der Seite Israels«. Nicht zu vergessen, der aktuelle Hype um die angebliche Rettung der Demokratie begleitet von einem verbalen Trommelfeuer, in dem die Slogans »Wir gegen Rechts« und »Wir gegen Hass und Hetze« auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Auch Unternehmen finden für jede Krise den richtigen Slogan. Einst warben sie im Zusammenschluss und unter der »Wir«-Devise für den vermeintlich rettenden Impfpeaks. Zuletzt gründeten sie sogar ein sogenanntes »Zusammenland«, bestehend aus 700 Unternehmen, Stiftungen, Verbänden, Hochschulen und NGOs. Ihr Anliegen, »Aktuell ist es wichtiger denn je, für ein offenes und solidarisches Miteinander einzustehen. Zusammenland möchte ein Gegengewicht zu Hass und Populismus bilden und zeigen, dass Vielfalt unsere Stärke ist. Wir stehen gemeinsam für ein offenes Land, das sich mutig den Herausforderungen stellt. Für ein neues Miteinander, gemeinsam stark in einem vielfältigen Zusammenland. Klingt doch eigentlich toll, oder? Die allermeisten Menschen zeigen sich gerne offen und lehnen Hass ebenso ab wie Hetze. Das muss man aber nicht wie eine Monstranz vor sich hertragen und man braucht dazu auch kein großes Getöse und Getrommel. Derart, wie alle diese »Wir«-Initiativen präsentiert und durchgezogen werden, schaudert einen. So auch bei den sogenannten »Demos gegen Rechts«, die unter dem großen Applaus der Regierenden stattfinden. Man spürt, dass man im Grunde nicht vor die Wahl gestellt wird, sondern dass man das, was gefordert wird, wollen muss. Wir zusammen. Wir gemeinsam. Wir miteinander. Welche »Wir«-Formel auch immer zum Einsatz kommt, intendiert ist, eine Gesellschaft in Uniformen zu stecken und dazu zu bringen, wie eine Armee in eine Richtung zu marschieren. Nicht mitzumachen ist nicht vorgesehen. Wer trotzdem ausschert, macht sich verdächtig. Wer ausschert, ist ein Verfassungsfeind. Wer ausschert, ist ein Nazi. Solidarisch sein, zusammenstehen, aber bitte mit Abstand, hatte während der Corona-Krise allerhöchste Priorität. Und schon in dieser Zeit beschlich einen schnell das Gefühl, dass es sich hier mitnichten um Nächstenliebe handelt, sondern um militärischen Drill. Vergleiche mit anderen Staaten fallen einem da ein, natürlich nur rein zufällig. In der DDR beispielsweise herrschte staatlich verordnete Solidarität. Auf dem 5. SED-Parteitag, der im Juli 1958 stattfand, forderte Walter Ulbricht von der Bevölkerung, Du sollst dich stets für die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller Werktätigen einsetzen. Der Regierungschef verkündete außerdem die Zehn Gebote der sozialistischen Moral und Ethik, die er freilich nicht von Gott empfangen hatte, so wie einst Moses, sondern sich gleich selbst zum Schöpfer machte. Ulbrichts Zehn Gebote wurden 1963 bis 1976 sogar ins SED-Parteiprogramm aufgenommen. Mit dem Begriff der Solidarität eng verknüpft war die ethisch-politische Verbundenheit mit anderen Nationen. So war es laut Ulbrichts Zehn Geboten obligat, sich zu solidarisieren mit den, Zitat, um nationale Befreiung kämpfenden und den ihre nationale Unabhängigkeit verteidigenden Völkern. Zitat Ende. Dabei gab es auch eine, wie sie der Historiker Klaus Storkmann nennt, geheime Solidarität. Gemeint sind damit die Rüstungsexporte, zunächst überwiegend in die Länder des Warschauer Paktes, dann auch in sogenannte Entwicklungsländer. Das passte freilich nicht zum Image als Friedensstaat, den sich die DDR selbst verpasste. Sobald ein Wir zu einem formalen Akt wird, ist dieser nicht selten auch erzwungen. Man steht innerlich spalier, aber nicht mit dem Herzen dahinter. Wie anders, wie wohlig und warm ist hingegen das freiwillige Wir, das sich aus einem selbstverständlichen Miteinander ergibt und oft Freundschaft genannt wird. Auch in Familien kann ein echtes Gemeinschaftsgefühl bestehen, wenngleich die einzelnen Mitglieder in der Regel nicht freiwillig zusammengefunden haben. Was wiederum bedeutet, dass auch ein erzwungenes Wir zu einem Wir werden kann, indem man sich aufgehoben fühlt. Ohnehin ist der Mensch darauf angewiesen, sich einer Gruppe zuordnen zu können. Als das soziale Wesen, das er nun mal ist, kann er ohne den Kontakt zu anderen in seinen ersten Jahren schlichtweg nicht überleben. Zudem ist das Wir immer schon vorher da. In ihm konstituieren sich unter anderem auch Regeln und Gesetze und die Sprache, die wir sprechen. Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch schreibt in seinen Tagebüchern, Zitat, Bezugnehmend auf Artikel 1 des Grundgesetzes Die Würde des Menschen ist unantastbar, verbietet es sich also, dem Menschen keine Wahl zu lassen. Anders gesagt, ein Wir, in das wir politisch-propagandistisch gezwungen werden, verletzt unsere Würde. Es ist ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, wenn sie aus sich selbst heraus Gemeinschaft lebt. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn permanent Politiker auftreten, die Wir-Penetration betreiben. So etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit seinem vor wenigen Monaten erschienenen Buch, das selbstredend mit Wir betitelt ist. Darin heißt es unter anderem, Zitat, Allein zu stehen ist für einen Menschen wie für ein Land riskant. Die Fähigkeit zur Politik bedarf der Vereinigung vieler Interessen hinter einer gemeinsamen Sache. Erst die Fähigkeit, Wir zu sagen, gibt uns Handlungskraft und Mut. Lassen wir den Entfremdungen nicht das letzte Wort, uns übernehmen wir Verantwortung füreinander. Erkennen und stärken wir alles, was uns verbindet. Es ist gut, Wir sagen zu können. Zitat Ende Was derlei Wir-Parolen verschleiern ist, dass überhaupt kein Wir angestrebt wird, das die ganze Bevölkerung meint. Nein, nein, es sollen bloß nicht alle Hand in Hand gehen, wäre ja noch schöner. Schließlich wollen die, die Wir sagen, die Guten sein. Und also braucht es die Bösen, von denen sich das Wir abgrenzen kann. Dadurch adelt sich das Wir selbst, wird zu einem exklusiven Kreis, das seine Zugangsvoraussetzungen hat, wie etwa die Bereitschaft zu gendern und den anthropogenen Klimawandel niemals nie in Frage zu stellen. Das Wir per se als gut einzuordnen, führt ohnehin in die Irre. Man denke nur an den Nationalsozialismus, der das Gemeinschaftliche als etwas konstruiert hat, das rohe Gewalt gegen andere ausübt. Auch in Zeiten der sogenannten Pandemie ließen Menschen keine Gelegenheit aus, sich zu einem Wir gegen die anderen zusammenzurotten. Die Regierung war da der ideale Partner an der Seite, denn wann immer ein staatlich anerkanntes Wir sich zu Diffamierung, Ausgrenzung und Hetze hinreißen ließ, es konnte sicher sein, dass es freie Fahrt hatte. Typisch waren Petitionen, wie man sie noch heute auf der Petitionsplattform von Compact findet, etwa unter dem Titel »Nein zu den Montagsspaziergängen in Münster«. Darin wird eine solidarische Mehrheit genannt, die sich aufstellen müsse gegen Rechtsextreme und Verschwörungsideologen, die andere gefährden würden. Zitat Sie verbreiten auf unangemeldeten Demonstrationen Desinformation über die Pandemie, verstoßen gegen Schutzmaßnahmen und radikalisieren die Menge. Zitat Ende Dennoch, so versichert man sich selbst, die große Mehrheit handelt verantwortungsvoll und solidarisch. Dass sie dabei, wie Millionen andere auch, zu Erfüllungsgehilfen staatlicher Propaganda wurden, war den meisten nicht klar oder sie wollten es nicht so genau wissen. Natürlich gibt das Wir auch und gerade in Krisenzeiten Halt und daher ist man für eine Beeinflussung, die darauf aufbaut, umso empfänglicher. Überdies stärkt man dadurch die eigene Position und zieht sich selbst auf eine stabilere Ebene, auf der man als einer, der ich sagt, nicht unbedingt steht. Nur gefestigte Charaktere können ich sagen, ohne das Wir zu brauchen. Insofern dürfte derjenige, der beständig Wir-Sätze formuliert, sofern er keine propagandistischen Absichten hat, sich als einen verraten, der sich gerade nicht sicher genug fühlt, um sich als Einzelner zu behaupten. Dahinter lässt es sich ähnlich gut verstecken wie hinter einem Mann, für das ein Wir oft synonym ist. Gemäß Martin Heidegger verweist ein Mann auf die uneigentliche Daseinsweise des Menschen. Es bedeutet, dass der Mensch unfrei lebt, indem er sich anpasst. Das tun viele Wir-Sager auch. Wie viel Wir brauchen wir eigentlich? Geht der Zusammenhalt wirklich verloren oder ist es nicht vielmehr so, dass ein Teil der Menschen sogar sehr gut verbunden und vernetzt ist, aber eben nicht so wie von der Regierung gewünscht? Wesentlich ist, sich das Wir nur nicht verderben zu lassen, gerade weil es so oft beschworen wird. Denn dann wird es tatsächlich bitterkalt in der Gesellschaft. Zugleich ist nichts falsch daran, sich innerhalb einer Gesellschaft zu spalten, also zu wählen, zu welchem Wir man gehören will. Es ist nicht populär, so zu denken, hat doch in diesen Zeiten der Satz »Wir dürfen uns nicht spalten lassen«, und genau das sollte misstrauisch machen, vor allem, weil der Appell immer häufiger von Politikern ausgeht. Daher muss gefragt werden, wer sollte ein Interesse daran haben, eine Gesellschaft davor zu warnen, sich nicht spalten zu lassen. Denn bekanntlich, so erzählen wir es uns, dient es Regierungen, eine zu beherrschende Gruppe in Untergruppen miteinander widerstrebenden Interessen aufzuspalten, damit diese sich untereinander bekämpfen. Das Prinzip des Teile und Herrsche des Divide et Impera. Das Herrschende so vorgehen, dafür freilich gibt es zig Beispiele. Auch jede aggressive Außenpolitik nutzt diese Strategie. Geht man zurück zum Ursprung der Divide et Impera-Losung, dann wird noch eine andere Deutungsebene sichtbar. Nachdem die Römer ihre Herrschaft gesichert hatten, wurde ihnen klar, dass sie ihr riesengroßes Reich, das von Schottland bis nach Nordafrika und von Portugal bis in die arabische Wüste reichte, nur in den Griff kriegen konnten, indem sie die meisten Aufgaben delegierten. Sie teilten sie also auf, um sich das Herrschen zu erleichtern. Kaiser oder Stadthalter griffen eigentlich nur ein, wenn es Probleme gab. Damit sind die alten Römer letztlich Begründer des Prinzips der Subsidiarität. Und das besagt, dass die meisten staatlichen Dinge an den Ort des Geschehens gebracht werden, also in die Gemeinden und Städte und eben nicht von höher stehenden staatlichen Institutionen geregelt werden, die wiederum nur dann eingreifen, wenn die Möglichkeiten auf der niedrigeren Hierarchieebene nicht ausreichen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Unter diesem Blickwinkel erscheint Spaltung plötzlich als etwas, was die einzelnen Gruppen stärkt, weil ihnen Autonomie zugetraut wird und ein eigener Raum für Gestaltung und Entscheidungen. Freilich nicht in einer Luftleere, sondern basierend auf Gesetzen, denen alle Akteure vorher zugestimmt haben. Mitunter sind die jeweiligen Einheiten auch eine Chance, Neues zu generieren, das in einer weitergefassten Gruppe überhaupt nicht möglich wäre. Dazu ein Exkurs in die Renaissance. In Oberitalien existierte damals kein von einer Zentralgewalt durchherrschter Raum, sondern Stadtstaaten. In Mailand herrschten die Sforza, in Ferrara die Este, in Florenz die Medici. Freilich, es gab weiterhin Mächtige, die mitunter grausam waren, doch durch die machtpolitische Zersplitterung erblühte die Region kulturell. Als später Zentralmächte regierten, war es mit der kulturellen Blüte rasch vorbei. Ein Phänomen, das sich in der Historie mehrfach beobachten lässt. In politischer Zersplitterung fand beispielsweise Deutschland um 1800 zu einer kulturellen Vielfalt, die mit der Reichsgründung 1870 fast gänzlich verloren ging. Es folgte eine kulturelle Verflachung. Je mehr sich also eine Gesellschaft spalten lässt in kleine Gruppen, desto mehr kann aus diesen Gruppen eine schöpferische Kraft entstehen, aus der eine Autonomie hervorgeht, die irgendwann nicht mehr auf eine nächste hierarchische Ebene angewiesen ist und die sich daher in letzter Konsequenz erübrigt. Es muss nicht stimmen, dass die einzelnen Gruppen einander bekämpfen, sondern dass sie sich selbst zu ihren höchsten Möglichkeiten bringen. Es ist dies auch eine Frage des Menschenbildes. Für wen der Mensch im Grunde böse ist, der wird in ihm stets das Kriegerische wittern. Hingegen assoziiert man mit einem im Grunde guten Menschen das beständig Konstruktive. In welchem und als welches wir also wollen wir leben. Es ist und bleibt unsere Entscheidung. Sie hörten Wer ist wir? Von der Philosophin und Autorin Sylvie-Sophie Schindler. Sprecher Ulrich Allroggen. Mein Name ist Eva Schmidt und wenn ich hier regelmäßig meine Wünsche an Sie oder uns anhänge, frage ich mich jetzt natürlich, wie übergriffig das in der Vergangenheit war. Ich werde darauf achten. Ciao. Servus. 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 Servus.